hallo liebe youtube freunde anders als im letzten jahr als ich mit etwas klamauk rüber kam möchte ich mich in diesem video ernsthaft bei euch für eure treue und tolle unterstützung bedanken und das alles obwohl ich gar nicht so viel zeit für euch gefunden habe 2019 das habt ihr mitbekommen war ein ereignisreiches und bedeutendes jahr für uns und unsere unternehmung rund um das angeln in diesem video möchte ich euch einen winzigen rück und ausblick geben und euch vielleicht sogar ein feines unerwartetes weihnachtsgeschenk machen ich werde das hier in ein kleines dankeschön gewinnspiel für abonnenten dieses video kanals packen ich bin unglaublich überwältigt über das wachstum dieses kanals hier und auch in diesem jahr obwohl ich deutlich weniger fleißig war als ich es 2018 noch sein könnte ihr habt es wiederholt in diesem jahr bemerkt meine arbeitskraft und zeit ist limitiert und es fehlt immer wieder an der regelmäßigkeit der firme hier und auch das angeln hat etwas gelitten mit dem verkauf unseres dortmunder geschäfts bin ich jetzt voll und ganz am wunderschönen möhnesee angekommen erhoffe mir etwas mehr zeit und zu meiner großen freude folgen uns auch viele angler und freunde hierhin so ein bisschen aufs dorf nach so einem gravierenden und entscheidenden jahr darf man sicher auch etwas nachdenklich sein und sich fragen ob es denn alles so richtig war auch ihr die vielen treuen und guten kunden da draußen haben sich das vielleicht gefragt warum macht der uli das warum gibt er sein tolles großes geschäft in dortmund ab dortmund ist 60 kilometer hier von meinem wohnort entfernt und richtig professionelles ordentliches arbeiten ist da nur schwer möglich und die antwort warum ich das abgebe gebe ich euch gerne hier jonas müller von angel joe hat mich vor längerer zeit gefragt ob ich denn mein dortmunder geschäft nicht verkaufen möchte ich bin jetzt 58 jahre alt und werde sicherlich nicht so oft im leben gefragt ob ich mein geschäft verkaufen möchte ein riesiges anger geschäft ist auch stets eine riesige verantwortung und ein großes risiko denn der handel mit anger geräten ist nicht nur spaß sondern harte arbeit bei wachsendem risiko und obendrein mein kostbarstes gut ist zeit wieso muss man sich mit gewinn maximierung beschäftigen und ein großes risiko tragen wenn es anders auch geht wenn man eigentlich gar keinen wert auf besonders große gewinne legen möchte ich habe mich stets auf das konzentriert was mir die größte freude und erfüllung gibt das verkaufen von angelgeräten war eigentlich immer ein notwendiges übel und gehört nicht dazu euch als riesige community regelmäßig erreichen zu können möglichst oft angeln zu gehen und vielleicht auch dem einen oder anderen guiding hast zum fisch des lebens zu verhelfen das bereitet mir deutlich mehr freude als stur irgendwo am schreibtisch zu sitzen kaufmännisch bestände zu pflegen und die verantwortung für ein ganzes dutzend mitarbeiter zu tragen das ist auch eine last und fällt mir besonders schwer wir haben uns jetzt verkleinert das ist ungewöhnlich da und es war 1990 auch ungewöhnlich als diplom ingenieur uli beyer ein großes zoo und angelgeschäft übernommen hat damals wie heute sagten viele beobachter du spinnst ja so etwas aufzugeben der feine unterschied damals gab ich meinen job als ingenieur auf heute gebe ich ein großes gut gehendes geschäft für angelgeräte auf aber meine mitarbeiter hier am möhnesee und mir sind sehr zufrieden damit wir haben sogar ein neues großes projekt angefangen ganz aufhören kann ich ja dann doch nicht im laufe des frühjahres werden wir für alle gäste am möhnesee drei tolle ferienwohnungen über unserem geschäft anbieten können mit riesiger toller terrasse momentan renovieren wir noch kräftig erneuern die heizung und so weiter zum saisonstart aber möchten wir dann gerne für euch fertig sein und haben dann alles aus einer hand für euch tolle infos rund um den möhnesee leihboote mit e-motor echolot und so weiter guidings von möhne spezialisten und natürlich die besten angelköder und geräte rund um den angelspaß hier am möhnesee die ihr dann bei uns im neuen geschäft bekommen könnt ihr merkt also aufgehört wird hier noch lange nicht und wir konzentrieren uns einfach mit ganzer kraft auf diejenigen angler die uns hier am möhnesee zum angeln und einkaufen besuchen möchten selbstverständlich auch ihr da draußen die vielleicht auch online bei uns bestellen die vielen ubs spezial artikel weiter beziehen möchten wir arbeiten auch intensiv an der ausweitung dieses sehr gefragten ubs spezialprogrammes da sind gerade wieder einige tolle neuheiten reingekommen geschnürt haben wir also jetzt ein rundum sorglos paket für euch mit übernachtung boot infos köder und alles was 2020 so hier am möhnesee gefragt ist wir können jetzt sogar gruppen von 12 bis 15 leuten gleichzeitig betreuen habt ihr vielleicht lust zu kommen wir freuen uns auf euren besuch hier im wunderschönen sauerland heute steht aber erst einmal das weihnachtsfest bevor und ich möchte euch auf diesem wege ein frohes und besinnliches weihnachtsfest wünschen in form eines gewinnspieles möchte ich zumindest einigen von euch ein feines unerwartetes weihnachtsgeschenk zukommen lassen alle abonnenten dieses video kanals hier möchte ich für die treuen besuche und mitwirkungen danken vielleicht bekommt ihr ja ein unerwartetes tolles weihnachtsgeschenk noch dazu was müsst ihr dafür tun um teilzunehmen also als erstes solltet ihr einmal abonnent sein wer also noch nicht dabei ist der sollte also hier den abo button drücken und dann als member of the team hier teilnehmen wer also abo da lässt ist automatisch dabei zweitens schreibt mir unten in die kommentare welches eure lieblingsfischart ist hier unten einfach rein lieblingsfischart und was euch zu dieser fischart ganz besonders interessiert vielleicht ist ja die ein oder andere interessante anregung auch für mich für neue videos dabei oder ich kann euch einfach konkrete fragen in einem video dann beantworten ich möchte sehr gerne so gut wie möglich auf eure wünsche eingehen und so nah wie möglich bei euch sein wir haben also große dankeschön aktionen geplant und folgende gewinne und damit vielleicht geschenke für euch vorbereitet erster preis ist ein übernachtungs und boots gutschein für unsere ferienwohnungen und leihboote im wert von 250 euro zweiter preis ein toller einkaufs gutschein für angelgerät in unserem geschäft über 100 euro dritter preis ein boots leih gutschein über 80 euro hier am möhnesee und damit das nicht so ganz wenige preise sind haben wir auch noch 55 pakete mit den besten gummiködern hier für den möhnesee vorbereitet teilnehmen dürfen alle abonnenten von dem kanal uli beyers köder kunst und auch alle besucher in unserem geschäft hier am möhnesee da müsstet ihr dann eine nachricht einem kleinen zettel mit euren wünschen da lassen das gewinnspiel läuft bis ende januar 2020 und die gewinner geben wir dann anfang februar gleich nach der messe in dortmund fisch und angel bekannt das ist dann ich meine irgendwann so in der ersten februar woche also nach dem dritten februar so und jetzt entlasse ich euch in die feiertage wünsche euch ein frohes und besinnliches weihnachtsfest mit vielleicht sogar etwas petriheil wenn der ein oder andere von euch auch bei dem usselwetter draußen jetzt loskommt ich sage tschüss und bis zum nächsten mal euer oli beyer